So, herzlich willkommen zu einem neuen Part of Medin 2 Braios. Heute ein ganz 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 kurzer Part, weil wir kommen zur Verlosung des Rasa-Do-Eyes. Ähm, vorab mal, es haben einige, glaube ich, nicht abonniert, wo Kommentare geschrieben haben. Aber wir haben ja gesagt, dass man Abonnent sein muss, dass man teilnehmen kann. Ja, ähm, es gab Antworten, ab wann es gefehlt oder ab wann es fehlt oder so. Die Antworten werte ich dann halt als, ja, wenn es fehlt, dann die Vorstufe. Also wenn leider gesagt hat, dass 8 fehlt, dann bleibt es quasi bis 7. Oder ja, es stand die Antwort 7. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie weit sie gehen. Ich habe alles besorgt und dann mal schauen. So, das heißt, jetzt geht es auf das 7. Wenn es klappt, dann haben die Leute, wo quasi gesagt haben, ja, es fehlt auf 7, haben dann gewonnen. Wenn es auf 7 geht, sind dann die Leute drin, die gesagt haben, es geht auf 7 oder es fehlt auf 8. Jetzt probieren wir es einfach mal. Und, geklappt. Also, die, wo gesagt haben, es fehlt auf 7, sind schon mal leider raus. Vielleicht beim nächsten Mal. So, jetzt geht es auf plus 8. Das heißt, plus 8, wer gesagt hat, es geht auf 8, gewinnt. Wenn es jetzt auf 8 geht, wenn es fehlt, gewinnen die Leute, die gesagt haben, es fehlt auf 8 oder es, ja, plus 7. Probieren wir es einfach mal. Gefällt. Also, auf 8 gefällt. Das heißt, 7 war das Maximum. Das heißt, entweder man hat geschrieben, es fehlt auf 8 oder es klappt auf plus 7. Dann werden wir jetzt mal schnell den Gewinner ermitteln und dann wird es noch folgen, der Part, wer dann letztendlich gewonnen hat. Weil, das wird ganz einfach noch ausgelost aus den ganzen Teilnehmern, wo jetzt gesagt haben, plus 7 wird es oder es fehlt auf 8. Dann werden wir es schauen. Es wird dann jetzt gleich noch verkündet und, ja, dann sind wir mal gespannt. So, da sind wir wieder. Die Auswertung ist beendet. Es haben 4 Leute richtig getippt. Ähm, ja, davon hat einer nur abonniert, was leider zutrifft. Ich habe ja eigentlich erwähnt, dass man abonnieren muss. Das man mitmachen kann. Ähm, das lösen wir jetzt einfach so, dass, ähm, ja, gewonnen hätte eigentlich Pure. Und Blue Shot hätte laut den Regeln gewonnen. Dann bekommt, ähm, dann bekommt, ähm, Pure ein Rasador Eye, das jetzt halt schon etwas abgelaufen ist, also noch zwei Tage hält. Zwei Tage kann er es abholen. Und, ja, der Blue Shot bekommt auch ein Rasador Eye und ein komplettes, also ein volles. Ähm, ja, die Gewinne können eigentlich bis Samstag abgeholt werden. Meist nachmittags wäre, äh, geschickt. Und, ja, das nächste Gewinnspiel, das wird bald wieder kommen. Es wäre, wird vielleicht ein oder andere Aufgabe geben. Vielleicht auch Ingame für alle. Ja, ich hoffe halt, dass halt viele weiterhin meine Videos schauen. Und da gebe ich auch immer mal wieder was. Es wird auch noch neue Parts geben. Ich wird, ähm, bin gerade dabei aktuell mein Rasador Run ohne Ring der Freude hinzubekommen. Und deswegen ist, da will ich noch zeigen, wie man das auch als Waffensucher schaffen kann, Rasador Run einfach solo mal hinzukriegen. Da muss man nicht unbedingt Körperkrieger sein. Ja, und deswegen werden wir sehen, was noch alles folgt. Glückwunsch an die Gewinner und bitte nächstes Mal auch an die Regeln denken. Das habe ich Ihnen auch unten in den Kommentaren geschrieben. Und, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.